Oh, das ist Shining, Entschuldigung. Ich bin wieder oben. Ich bin jetzt der Killer. Ich bin jetzt der Killer. Komm her. Ich komm nicht mal ganz kurz halten. Look at my life. Feel my pain. When it comes from me and you were not the same. This is so far from a jam. Kein länge ist es nur am Spoiler heute. Der Minuspunkt ist am Ende. Das legt sich richtig ins Zeug. Geil. Oh. Woher soll ich wissen, dass er nur bei Staffel 1 ist? Hat er doch gesagt. Nein, er hat nur gesagt Staffel 1 ist das beste. Ja, Staffel 1 ist das beste, weil ich keine Ahnung. Ich muss mich halt mal ausgehen lassen. Hey, das ist eher so. Schau mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin ich. Oder besser gesagt, das ist meine Zukunft. Ich stelle einfach zu und hoch auf das beste, okay? Ich bin eine Statue. Ich bin nicht viel knapp hinter dir. Einfach nicht bewegen, alles ist gut. Sie müsse unter uns sein, Sven. Oder eher. Ich hab Krälen gefunden. Svenny? Machst du gegen mich? Was? Ja, ja, komm. Ja, ja. Sven lockt alles her. Ich hab's mal kaputt. Mach's mal kaputt. Ich mach erst das Totem kaputt, dann helf ich dir. Wer ist denn überhaupt? Trippi? 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 Der ist halb fertig. Den ist halb fertig. Wir haben unseren fast fertig und ich hab das Totemier direkt neben uns auch kaputt gemacht. Dreiviertel fertig. Der hat einen komischen Laufweg, muss ich übrigens sagen. Der hat einen sehr komischen Laufweg. Ich glaub, der spielt mit Kontroll, aber mit dem Steuerkreuz. Mit dem Pfeilchen. Links, rechts, links, rechts. Alter. Links, zwei, drei, vier. Ich schicke ihn wieder nach oben, Leute. Ich schicke ihn wieder nach oben. Oh, ja, ich hab mich schon gesehen. Links, zwei, drei, vier, links. Alter, der hat... Ich steh vor, er sieht nicht. Wo genau ist denn der? Sven, ne, ich wollt gucken, ob er mit... Also, der hat die Wand getroffen. Der ist echt nicht gut. Also, wer... Also, Sven und ich... Oh, Mann. Lass mal ein bisschen nett zu dem sein, Sven. Ja, okay, ja. Ich steh vor ihm und er läuft drauf, stimmt die hinterher, obwohl er dich nicht mehr sieht. Ja, Leute. Der ist echt nicht gut. Sven macht ihn grad fertig. Sven bricht ihn grad innerlich. Ich hab hier einfach mal random ne Fuddle in die Mitte platziert. Ich hab ne Fäule gefunden. Aber die ist schon ausgelöst. Alter. Siehst du mich, Sven? Ja, ich seh dich. Okay. Oh, die hat er kaputt gemacht. Oh, 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 oh. Ey, ihr habt echt Spaß. Sven hat's drauf angelegt. Sven hat's drauf angelegt. Ja, ich kann nicht an das Auto vorbei. Ja, ich kann nicht an das Auto vorbei. Aber muss ein guter Weg laufen. Aber muss ein guter Weg laufen. Ne, ne. Ich hab ihn kurz geblockt, Sven. Jetzt muss er aber reißen. Ja, ich bin für dich. Jetzt muss er aber reißen, Sven. Kann schon. Oh, tschüss. Was seid ihr denn? Ehre, ne? Viel Spaß dann. Ich hab mich hier oben an einen Generat für gesetzt. Der tut mir so leid. Also, warum haben wir S4? Wir machen ganz... Wir haben gleich ein Überleben voll. Verfolgungsjagd. Alles voll. Äh, warum jagt er mich nicht? Er sieht den nicht fein. Seinmal ASK-Gefühl. Ne, der ist nicht auf K... Wir jagen die... äh, jagt uns ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit fangen. Sven und ich haben den seit Anfang der Runde beschäftigt gehalten. Oh! Der nebengeschang. Oh, der verkratzt. Komm doch rum, Sven. Dann machen wir wieder Tag Team. Dann bin ich dran. Ich kletch' auf. Okay. Und ich darf den Generator hier fertig machen. Oh! Das ist Shining. Entschuldigung. Hä? He? 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 Ich bin jetzt der Killer. Hehehehe. Ich bin jetzt der Killer. Komm her. Ich hab... Ich hab... Komm ich mal ganz kurz halten, okay? Ich bin jetzt... Ja, geh grad schlecht. Lass mal, lass mal. Hallo. Hi. Hehehe. Ich hab grad meinen Spaß. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, du, du... Hu! Hu! Komm Sven! Tag Team! Hi! Ja, ich hab dich abklaschen! Ja! Ja, abgeklatscht! Ich bin... Ich bin's einfach... Ich könnte den mal woanders hinlocken. Das wär mega. Ich stand direkt vor ihm war mit Jen dran und der hat mich nicht mitgenommen. Ja, der hat leider ne eingeschränkte Sicht. Hehehehe. Hehehehe. Uh, hi! Na Sven, soll ich dich noch ein? Na, ich bin ihn schon los geworden. Ja, könnt's gleich machen. Ja, okay. Oder? Ja, okay. Der ist verschrippt, ich war jetzt nicht! Hehehehe. Jetzt machen wir den Trends. Wer ist mir da zu doof? Hehehehe. 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 ja heute um ihn herum suchen aber ich mache jetzt ich kann ihn ja gleich zu uns locken ich hab mich immer noch ich bin ja ich habe ihn auch erst jetzt unten mit mir wir begratschen dich jetzt hier david egal ob das willst du nicht ich liebe ich bin wieder mit ihm nach oben gewandert ich habe entkommen ich habe alles max sollte jetzt bist du immer ja hätte ich verhalten lassen von mir aber du wolltest ja ich habe einmal geblockt ja das hat aber nicht viel geholfen scheinig macht einer noch den letzten gen gerade ich kann nicht nein nicht machen leute punkte ich würde ja aber ich finde nicht so ist wenn jetzt was mich ein ich habe eingefolgen ich mache wohl entscheidend unten oben oder ach nee der ist schon der ich bin so gut dass die leuchten ok treffer tonik auf dem web schlechter sehen das auffällig gut gemacht ich meine nicht fertigen finden hier ist doch einer oben bei mir der ist auch schon fertig hier liegen leichen ist jemand unten ja ich wo bist du bei einem gen in einer ecke bei einer treppe sehr genaue angabe wenn sie mich fertiger gäbe das haben und das ist einer von diesen durchsichtigen tretten und ich bin genau da wo die treppe quasi wenn man die treppe runterlaufen würde genau geradeaus quasi leute können jetzt mal machen hast du den killer ich habe nichts nicht finden keinen chance sonst würde ich oben oben ist gut ich finde kein ja langsam heutigen killer aber muss ich heißen da kommt da war ich ja da hier ich werde sollen wir gehen die planeten aus erst wenn es nicht damit alles gut dass jetzt er sieht uns nicht der kanad ich dass ich ihr nix der spiegel hat nur eine uge schande ist gerade da ist der kille ah lucky aber das ist langsamer das ist richtig langsam aber wenn das keine double per Brunner ist dann weiß ich auch nicht ich komm wieder nach oben naja ich bin mit Sechzeile beschäftigt Alter was macht der kille denn das weiß keiner's von geil ich stand dir im ausgang ne also ich öffne es fast da wo das auto steht weiß ah er kommt zum ausgang zu welchen äh zu den rechten von mir aus gesehen mit dem Vans zwei Vans sind da ah ok ah da bist du hier er bekämpft den einen ausgang sagen wir es so einen ausgang bekämpft das kann man auch nicht wirklich sagen also er versucht wenigstens dann ist so ich bin hinter dir hi ich hab ihn wieder genau wer ist der killer hier ich hab ihm mehr Schläge verpasst als er mir soll sollen wir ihn ein kill gönn ne ja ich will nur die luke haben Leute mit schütteln mit schütteln mit schütteln mit schütteln mit schütteln mit schütteln ja hi hi Sven er kommt mit zu dir bei deinem ausgang ja sehr mega belassen hi hi ja 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 mit ich bin beleidigt oh mann ey luke krieg ich nicht mehr doppel pip nice aber richtig knapp am limit also gerade so noch erreicht mehr als doppel pip geht eh nicht mehr als doppel pip geht eh nicht doppel pip ist max ah ok also doppel day doppel day doppel day noch ein bisschen spannend machen noch so einen nennen 3 ohne nennen Rang 16 oh erste runde ggwp freundlich drei wollten einen ort haben wer hat sie gewonnen zwei gute maps und david's wer gewinnt diesen streit aber die suchen würde ich auch noch ganz sehen die zuflug hat anders hoflug zu verliegen finde ich seine nicht ich könnte gucken vielleicht habe ich sie gerade einmal gucken denkinstitut bitte bitte dankeschön bitte also eine so gute runde und damit wir einfach wieder alles kaputt machen springboard natürlich ich habe auch verloren Dave also das ist nicht meine schuld sind die denn weg oder habt ihr die trotzdem noch sind dann weg ah eine map weg belastend alles richtig alles falsch gemacht ich liebe dich hey Yannick hi hi und hier jetzt geht's an ok komm der killer ist hier irgendwo in meiner nähe besser bei dir als bei uns jetzt nicht genau ich bin ihn losgeworden das heißt er muss nicht wollen man sieht nix er ist weg von der schule ich bin mal wieder scheiße wahrscheinlich der engel ist krass nein ich glaube er kommt ja wer kann nix wir machen einfach gleich so weiter Sven einer spielt gleich der Killer von uns und der andere lenkt auf krass wenn dann nimmt das Spiel was ich in die Gruppe gestellt habe Sven wir sind der wahre Killer Sven nein schon wieder der Trevor Tony bitte lass der gleiche sein der der den Generator bei mir in der Nähe gemacht hat will er mir hier helfen ich hab den zur Hälfte fertig wo denn? ein Haus weiter? ja an dem Haus da vorbei an den kleinen nein nein was war das mit ok wir kommen ich bin den Platz für alle äh ja wir sind ja falsch falsches Haus drei viertel ich glaube ich brauche gleich nicht mehr ja dann machen wir den ja dann machen wir den scheiße alles richtig gemacht Sven alles richtig gemacht sind wir noch an der Schule das kann wirklich der gleiche sein oder? gefühlt ja theoretisch kann das der gleiche sein Sven wenn wir den fertig haben gucken wir mal ok shiny guckt grad schon ok gefühlt ich bin schon im Kopf ok wir scheinen gekommen denn das ist wirklich der gleiche Hallo Dave Hallo Dave so Sven jetzt komm rüber Dave hier geradeaus durch hab ich einen Generator fast fertig ja ok rechts von uns ist es Trevor Tony rechts von uns? ok der läuft dir immer noch hinterher Junge jetzt hör doch mal auf hi so wie biegt der ab ich will also dass er mich nicht will oh hi scheinen Hallo scheinen hi nein ah Leute das wird ich glaube das wird wieder gleich ich glaube das wird wieder gleich oh man das ist alles geradeaus durch geradeaus durch ich bin jetzt gelasst ich bin jetzt erst durch das Haus durch ich bin gerade oben ich laufe wieder hinterher ich bin gleich da Leute oh mein Gott der dritte um wer hat das gedacht warte ich hab den Generator verfüllt ich hab ihn dann vielleicht halten oh nein Job erfüllt nein ok ich glaube das ist ein anderer jetzt ist nicht so schlimm es ist ein Film ich hab mein job erfüllt leute der kommt doch gut durch oder ja ja und ich habe den nächsten wenn ihr ihn beschäftigt kriegt durch ja du ich mache nichts anderes außer beschäftigen hier leute ich hab den gen wo ich dran bin ist fertig ich habe übernommen also paletten ist wirklich strange ich steh direkt beim tor ja ich brauch nicht mehr lang ist echt nicht so gut oh mein gott oh mein gott stop ja ich komm wie alt bist du an einem der ausgänge seht ihr es eigentlich auch wenn ich die bilder werfen so ich öffne den neuen ausgang hier du kannst direkt zu mir ich kann nicht der ist nur zur hälfte wo bist du jung und direkt hinter mir ist ein schwepper wie der hat mich jetzt schon verloren ich bin doch nur gerade ausgelaufen ich glaube er kämpft jetzt da hinten da kommt man das hin warte mal ich gebe ihnen ein signal wo wir alle sind ok signal geben rausgehen bis der nix hier habe ich habe ich geworfen ich will die luke ich habe uns nicht genug zeit wo ist denn der jetzt ist ein hause gegangen ja wo ihr habt nicht genug zeit ist raus mann ist ein hause geradeaus ich glaube einmal den anderen daher jetzt jetzt muss ich mich verbissen ich hab sogar noch was aus der kiste geklaut ich bin wirklich schnurrschlachs gerade ausgelaufen ich will doch nur die scheiß luke ich bin wirklich schnurrschlach